Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Pro mit LeCoy. Wir spielen heute eine Challenge, wir müssen nämlich alle Minecraft Endbosser tun. Der bedeutet der Ritter, der Enderdrache und ein Guardian. Du hast hier schon ein bisschen zusammengefahren, weil Minecraft ist vorhin abgestürzt. Und wir spielen jetzt ganz in der Java Edition auf einem Minecraft Server. Und übrigens, guck mich mal an. Ich bin Bob. Nee, ich mach einen noch böse Gläger. Böse. Böse Gläger. Nein. Du bist zwar böse. Ey, okay. Ey, wie hast du das gerade gemacht, dass das leuchtet? Ja, das ist, weil ich Shade anhab. Nein. Nein. Also, macht mir Equipment Setter und ich zeige euch die ganzen Highlights aus dem Livestream. Moment, wenn man die Szene wechselt, dann sieht man die Livestream. Das ist auch alles jetzt mit OES aufgenommen. Ja, also, wenn meine Stimme gewöhnt, wird er etwas leiser hier klingt, als es eigentlich klingt. Ich kann auch mein Mikrofon wieder da hinschieben, wo es immer war. So. Hö. Okay. Jetzt habt ihr auch viel Spaß mit den Highlights aus dem Livestream. Die Kürbungen. Die, 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 die die Schiene nehmen, die rauszumachen. Ja, aber auch mehr. Die, die, die Schiene. Du, die Schiene. Die, die Schiene. Also, ich sag das hier zum Erner erstmal mal. Mal, ne. Aber. Gamers-Reacts auf diesen. Can ich jemand vielleicht bastisch schicken oder so. Gehen. Ist es dann wirklich so. Ich sage ja so. ok aber jetzt startet okay aber krass server automatisch warum also keine ahnung der ist wahrscheinlich ein bisschen die warum aber die machen wir auch immer wieder mal ruhig statt aber ich wüsste ich wirklich immer mal bastel schicken noch ein braune schaf ich habe noch nicht mal eines ein eisen abgebaut und drei braune schafe let's go und da ist schon ein blitz voll fast gegen mich eigentlich schlagen dazu habe ich aber kein clip und nur höchstens das hat niemand gesehen noch mal der zoll hat ist auch eine karotte getraut alles passiert hier also leute für euch passiert auch fast gar nichts grünische sachen gab es das geld vor meiner nase gespawnt ich mache die ganze keine clips jetzt wirklich also ist unser mein kurs bei mir für mich ist alles komplett frisch wünsche uns nicht mehr normal greift ihn auch an schau ihn an schau ihn an schau ihn an ja Hier ist es gut. Da sind die. Ich sehe keine, weil hier überall Nebel ist. Echt? Ja. Das liegt in den Schädern. Ja. Soll ich machen? Oh, es war nur einer. Verdammt. Ich mach mal... Ich mach mal die Erden. Ich mach schon mal eine Werkbank. Ich hab schon mal eine Werkbank. Kommst du her? Mach einfach weg. Jetzt hab ich zwei gemacht. Ich hab mich grad so erschrocken. Guck mal die Diabicke. Ahja. Da ist noch der Krabbelchess. Krass. Ich hab schon wieder Pickstep gefunden. Der nächste Enderman hat auch gebraucht. Das ist gut. Wir haben sieben Enderzählen. Das ist krass. Schon so anders, Alter. Blazers, Blazers, Blazers. Wir hätten zwei Blöcke mitnehmen müssen. Oh, oh. Wollen wir Wizzerskelette? Wizzerskelette? Komm, 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 komm. Ähm. Ist egal, ich hab diese Effekte. Hat er gedroppt? Ne, hat er nicht. Aber wir wollen ja tieffolge in der Enderrappe besiegen. Lass ich hier ein Portal bauen, wo wir dann in die Oberwolke kommen. Wann ist ja egal. Ja, schön. Das ist mir jetzt egal. Wir können einfach zugucken. Wer wird gewinnen? Hat's getroppt? Oh, oh. Hm? Für dich haben wir gesunken. Helft mir doch. Oh, oh. Fackel, äh, fackel, ja, fackel. Let's go. I am an Elektro. Oh, let's go. Wir sind raus. Oh. Eigentlich wär klug uns umzubringen. Bäh. Nee. Wir spielen so eigentlich. Oh, let's go. So, Traumspurt. So, Traumspurt. So, Traumspurt. Wir haben alle, wir haben alle Netherbiome geholt. Ah, warte. Wir sind in den Nether auch 7.000 Blöcke, wie in der Overworld getravelt, weil man in den den Lerner ja schnell anbieten kann. Ich hab Soul Spiel 1 wo? Okay. Ist auch. Da haben wir jetzt mehr Ok. Mien-Schacht, Mien-Schacht! Ja, egal. Wir versuchen jetzt erstmal hier rauszukommen. Oh, oh. Natürlich ist es Nacht, ne? Okay, nimm dein Bett und dich schlafen. Schnell. Ist mein Bett? Sag nicht. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ich hab noch drei... Ja, das hab ich alles in Ländervau. Hier sind Schafe. W-What? Ist da Essen? Boah, ist es ein Dorf. Wir haben ein Lavasee. Ich hieß ein Lavasee. Okay, lock dich kurz aus. Und dann wieder ein. Ich hab immer noch ein Bett, das war ein Shop, wo die... Ja, dann Places. Schnell noch, dass ich mir die Rechte nicht hier nach überspringen kann. Komm her. Okay. Wir werden jetzt ab. Die erste Enderperle werfen. Da lang. Und dann sind sie nicht kaputt. Ich hab jetzt gut. Ich hab jetzt ein paar tausend Blocke in die Richtung. Nein, wo ich schaue. Links? Nach links. Soll ich lieber gut fahren. So, warum? So. Warte schon. Zurück, 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 zurück. Ne, sind wir vorbei? Ne, sind wir vorbei? Ja, wir sind vorbei und ich hab hier gerade. Warte schon, meine Mutter hat mich gerufen. Da ist einfach noch ein Brause Schaf. Wie viele Brause Schaf haben wir diese schon? So. Jo, wir sind hier drin. Okay, aber es bringt uns ganz wenig. Wir müssen so oder so nennen wir da. Geh mal ein Kopf weg. Da ist die Kiste, wenn da eine Enderperle drin ist, dann glaube ich an diesen One Safe. Da ist eine Enderperle drin! Da ist eine Enderperle drin! Okay, wir haben es geschafft. Durchschuss. Da ist nicht in der Moment. Da ist die Stärke 3. Stärke IV. Das bedeutet 4. Ja, ich kann nur Schutzeilen benutzen. Bäh! Ja. Ich hab schon kurz bedenkt gehabt, dass wir es nicht finden können. Nein. Jo! Ich hab bei einer Plan und Blase Paula, brauch ich hier noch. Hast du noch Blase Paula zufällig? Ja. Okay, dann haben wir ja alles. Dann lass mal wieder dazu. Wo ist das denn? Ah da. und wir können rein bist du bereit um die laste man es darf wirklich liegen was wir nicht brauchen denn du hast vergesst mein wiesbombe holt ich gehe jetzt auch ins ins kürbis brauche ich und let's go wir bauen wir brauchen jetzt irgendwas motiviert ist in so viele älteren wenn es dann hat so viel in der perle und ich mache jetzt noch die letzten fahrt mit dem bogen und damit leute wird mit diesem mit wird dieses einzig diese einzigartige welt beendet problem wird ja ich meine zu ja ein spieg zwischen aber ich wollte noch was episches sagen doch scheiße nicht mal ist drauf ja mani 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 die külpküft külpküft die die geil welches level bist du lstra 45 um das nehmen wir mit aller drauf gehauen weine ist auch zu sehen in der rei sagt jetzt ich sauch damit ich den erfolg bekommen wenigstens für den ende aber natürlich ist wieder okay das kommt dann in unsere base die nächste von traum werden hoffe ich naja und fürs ende noch mal schau mal wie kommt es nochmal ach danke dass es noch mal erwähnt ja jetzt